Ich versteh das hier noch nicht so ganz. Soll das anzünden? Hä? Ich weiß nicht genau, was ist hier. Weil wenn du mal so hoch guckst, du siehst so leicht, äh, bei den Pflanzen, dass so, dass es so glüht. Dass so rote, rote Punkte kommen. Ob man das anzünden soll, oder so ein Scheiß? Ja, das sagen wir nur einfach mal. Aber hier muss doch irgendwas sein. Irgendwas muss da sein, safe. Schade. Äh, hinter dir. Servus. Power auch ohnehin. Wo kommt der eigentlich her? In uns war doch nichts mehr. Geh mal weg hier. Die Weile bleiben halt gleich hier wegschieben. Hm. Keine Ahnung was, was da oben sein soll. Das sieht halt so auffällig aus. Ich schieße mal die Lampe da oben ab. Dann würde er. Lade nach! Hat er. I don't know. So, das war jetzt, was war das, ein Questgegenstand oder was meintest du? Ja, ich glaub, was war das, was wir bekommen haben? War das ein Ring? Ein Ring. Einer hat. Der ist so lang, der passt nicht mehr ans Bild. Nachladen, gewährt für... Ne, das hattest du schon vorgelesen, ne? 25 bis 30 Mod Energie. Ja, ja, das halt ich vorgesehen. Aber was haben wir gerade eingesammelt? Was war das? War das ein... War das ein Aboulette? Ne. War das eine Eigenschaft? Kann das sein? Ne. Also nichts, was jetzt mir neu vorkommt. Ne. Oder? Ich hab nicht drauf geachtet. Schwarzer Teer. Hä? Ich bin doch nicht blöd. Das kennt man alles schon. Hä? Wäre ich gar nicht angegriffen? Ich kann's dir nicht sagen. Hm. Hä? Hier ist schon wieder sowas. Hast du Besuch da? Macht ja alles alleine, der Kollege. Okay, dann geht's weiter, oder? Bislang. Da, wo er noch nicht war. Oh, da kann man nicht da runter? Schau. Hä? Ist... Ist... Schwierig zu sagen. Weil da ist ja auch noch was. Kann man da nicht hoch mit der Leiter? Was hier an der? Kam da irgendwo raus? Aber da ist halt noch so'n Loch. Aber das schaffst du ja nicht runter. Ne, aber das kommt mir so vor, als ob da halt auch so'n kleiner Weg ist, sag ich mal. Da ist auch nämlich noch so'n Loch. Da müsste ja schon gewesen sein, das ist weiß. Da unten waren wir schon, das weiß ich. Ne, ne. Doch. Oder? Ja, ja, doch. Ist das das? Ja, ja, doch, na klar. Okay, weil es so komisch vorkommt. Ich habe jetzt sowieso nicht bekommen, dass wir kurz an der Oberfläche in Nachfuhl zeichnen waren. Also das war nicht zählisch. Deswegen. Ja, sag mal, hey, Jungs. Oh, hey, Meister. Oh, hey, hinter uns. Wir gehen ja voll her. Bringt ihr noch nix? Alter, das ist so... Ja! Fick dich! Fick dich! SchCisch! Ich habe kein Platz. ich merke so gerade ich habe immer mehr mit zehn schüsse schon mal vor der rassi sascha anschließt brennt er der sah auch aus wie die von green hell hatten so eine komische bemanung sowas geht hier oben jetzt noch ist hier noch ein buch ein bück oder ein ring gewichtsloses gewicht oh das ist geil wenn du fette rüstung hast war das ist doch unabhängig ja stimmt dass du dich rollen und so kannst für ganz fette rüstung war ja für die eine auf jeden fall ein bus da ist noch ein dicker ushi ja na klar natürlich jetzt ja ja der will hier hoch wird extra außen lang wo ist er denn jetzt immer drei angriffe hintereinander machen müssen total ist man ja höchst bewegungstempo ok erhöht bewegungstempo um 0,75 prozent und verringerung verringert ausdauer aller aktionen um 0,75 prozent je fünf rüstungsbelastung sicher hat ein stapel ne zum beispiel ich habe 137 also durch fünf und dann hast du so mal und 0,75 und so viel prozent hast du dann halt es hat aber ein amulett amulett ist so für was für spielstil du gerade bist das finde ich ganz gut ja safe ist gut angepasst auf jeden also ich richtig op wäre wenn du zwei haben könntest ich glaub die wärs sogar die wärs bei dem wärs dann geil wenn die sich bohr ach komm wo die sich an ach komm dass sie dich immer pushen müssen wenn ich die gehalte dass sie dich immer pushen müssen wenn ich die gehalte schmier mich ab camp fick dich doch das ist ja zwei große sehe ich gerade ich schulde mich mal nicht so schwer auf nicht unterbeimau ist es ist aber junge wie die auch immer pushen wenn einer auf dem boden ist pushen die direkt dass du ja nicht zu den hinkommst und den hochholen kannst ja kennst du ja nicht anders die riechen das doch ist irgendwie kauf du die du lädst nach direkt pushen ja auf jeden alter da oben ist nichts mehr was will man eigentlich von nett werden wenn du uns nicht angreifst ja das ist glaube ich dir ja die das schwung war aber ist doch leilig aufhört alles in brand zu stecken das ist doch nicht gegen oder was das ist auch die grafikfehler wo sind die alte jetzt bei dir noch bei mir witz her umwandlung was umwandlung erhalten das ist in der umwandlung wo ist denn das jetzt schon wieder das ist wie die rass ratten dringend umwandlung aber nö wo ist denn das ich verstehe es mit der umwandlung noch nicht so ganz oder gibt es irgend so ding wo man das einlösen kann aber ich sehe es auch nicht mal als item was wir leveln und wir kriegen das nicht mit weil wir es nebenbei kann ja kann ja nicht das würden wir dann wenigstens bei unserem charakter sehen oder stimmt aber was macht das denn für sinn was bist du eigentlich grad für ein powerlevel was siehst du beim charakter links was du für ein powerlevel bist ich bin 11 ich bin 11 ich bin 11 ich bin 11 powerlevel wo steht das steht ganz links beim charakter steht extra nur da powerlevel powerlevel 9 echt nur 9 was heißt das ja deine waffen machen oder du machst allgemein schon ein bisschen mehr schaden durch den level echt nicht ich bin 9 oder ein wie gehts vorher auf scheiße würde die am besten gerne narkhaft machen dann brennen die nicht da hast du mal was du drüber nachdenken meine tasche ist voll ob es noch ein fähigkeitspunkt wieso bin ich 9 ach scheiße jetzt muss ich selber an fick dich alter wie viele denn noch man jungs alter noch 20 stück oder was wie level ich das powerlevel oder kommt das einfach einfach nur so glaube ich da aus dem fetter überhaupt ach bzw skins trock auft Hoe ich hab du jung du Mon level bei also doch denke ich mal meine rüstung ja wirklich das ist aber so ein extra level ich kann mal den level wieder nicht mehr einsetzen müssen noch fixen der burg